Kontrollpunkt Kontrollpunkt, da unten, ganz unten lag Pistole-Munition, aber wir müssen runter Ach da, da leuchtet da Das ist der Edelstein, den ich abgeschossen hab Hier ist Pistole-Munition, nimm du die besser Und ich wechsel wieder auf Dragunov und baller mal den Arsch da oben weg Jawohl, super hat das funktioniert, da kommt einer gelaufen Wunderbar Oh Was da passiert? Ist irgendwas modiert? Weiß ich nicht Irgendwer schmeißt hier mit Sachen Ja, ich seh noch Hinter uns, oder was? Ja, neben mir stand gerade einer Wo kommen die denn immer her? Ich weiß es nicht, aber Oh Ich wollte denen gerade was schenken, aber das hat sich damit wohl auch erledigt Da vorne steht noch einer, der eine Axt wirft Hast du Hilfe? Hallo? Warum macht ihr denn nicht? Da kommen jetzt aber ganz schön viele hier Ich hätte eine Brandgranate, wenn du noch einen Schritt zurückgehen kannst Woher kommst du denn her? 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 Da lässt ich dort Nee, nicht aufsammeln, stampfen, du Idiot Ach, Mädchen Oh, der ist runtergefallen Hinter dir Ich glaube, wir sollten uns bewegen Wir sind zu Gewehr Statisch Gewehr Munition Ein grünes Grau Ich nehme dir das Ich bin voll Achso, ja, dann nehme ich Können wir bestimmt lösen Jetzt kann ich Ich nehme mal Pistole Ja So, hier ist die Leiterputz Soll ich dich hier hochschmeißen? Geht das? Du kannst den schönen Edelstein einsammeln Sprunghilfe Ja, wenn du Okay, dann gehe ich noch rum Hier liegt auf jeden Fall mal Maschinengewehr Munition Da ist der Diamant So, dann geht's noch weiter nach oben So, dann geht's noch weiter nach oben So, dann geht's hier von dem so Idiot Der Dynamitstangen schmeißt Schön Blöd, wenn dir die Blödenstange in der Hand losgeht, ne? Wow Das war meine Granate Okay Pistole Munition Schön wie die Pirouetten drehen Ich hab ja noch gleich Schrotflint Munition für dich Ach Ich hab auch noch andere Munition für dich Hinter dir Apropos hinter dir Dreh, dröh Ich hab den Haken verpasst Warum kann man den eigentlich nicht immer schlagen, sondern nur wenn der irgendwie so grad passiv ist So, jetzt mach das hier Wow Ja, da stand einer mit Dynamit Ich glaub, wir sind hier oben falsch Ach nee, wir müssen das Ding hier schieben Alleine kann ich das nicht bewähren Und ich will hier erstmal Ich will dir das nix legen Ja, ist ja gut Hüte, Hüte, Hüte Mucke aus Ja So, warte Warte, 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 warte Du kriegst jetzt erstmal deinen Scheiß Das ist dein Scheiß So Jo Nein Ich hab dir ne Granate gegeben Wollte ich dir gar nicht geben Du willst du ne Granate zurückkommen Nö, kannst du halten Da vorne liegt wieder Munition Munition Krohut nehme ich einfach mal mit Gold Und was ist das hier? Pistolen Munition Nimm du die mal Okay Äh Siehst du in der Hütte da links vorne? Das sind die Minen Ah, okay Aber sind die so Wann, die sind so auffällig? Da wird wohl jetzt ein Bosskampf kommen Oder sowas Könnte ich mir vorstellen Hold on Wie ist der denn jetzt gestorben? Herzempfakt Oh, schlimmie by me what is that? Es kann fliegen, das gefällt mir nicht. Du richtet das irgendwas aus, wenn wir da jetzt drauf hämmern? Also, ich habe jetzt mal zwei Minen. Drei Minen. Also, die kann man aufnehmen. Vier Minen. Nee, die kann man... Ich kann es auch platzieren. Und das werde ich auch an gewissen Stellen. Da müssen wir dann halt nur das Viech hinlocken. Ich habe eine Mine. Also. Ausrüsten. Ich platziere mal eine Mine. Wie platziere ich die denn am Rüsten? Ähm, das steht vor dir. Aber ich bin eben... Vielleicht kann ich ihn weglocken. Komm, komm, miens, miens, miens. Ich platziere hier mal eine Mine. Und brennen. Einfach weiter. Kann das irgendwie spucken oder sowas? Oder kannst du angreifen? Weiß ich nicht. Hm. Oh, nein. Oh. Hilfe. Hilfe. Also, ich habe... rumlaufen dann. Die siehst du auch. Die... Die blinkt. Hallo. Sie sind hinter dir her. Und du siehst... Äh, okay. Na, komm. Komm. Und irgendwann noch mal ein Mienchen hin. Dann kann ich den jetzt irgendwie... eine verpassen. Nee, nee. Soll ich hier auch ein paar verteilen? Oder? Ja, wäre vielleicht mal nicht schlecht. Äh. Hm. Äh. Es ist an meiner Mine vorbeigelaufen. Schön. Und an deiner auch. So, ich habe es beide platziert. Oh. Müssen wir gucken. Irgendwas kann man da eventuell doch mitmachen, oder? Reinhäuschen. Hinten des Wabbelgedöns. Das sieht so sehr verwundbar aus irgendwie. Die Euter da. Bibi, 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 bibi. Guck mal, genau. Guck mal mit zu der Mine hier. Guck mal. Kann man in seine eigenen Mienchen reinlaufen? Weiß ich nicht. Oh, das ist dran vorbeigelaufen. Ich fass es nicht. Kommen wir mal zum I. Ja, aber nicht so nah an mich dran. Jetzt müsste es eigentlich gleich in meine Mine reinlaufen. Also ich müsste es auf jeden Fall einiges abgezogen haben. Ich denke, so können wir das machen. Wenn die Mine da nicht funktioniert, dann können wir sie zumindest mal aufnehmen dann nochmal. Und wiederverwerten. Und die Mine mal mit. Weil ich glaube, die liegt nicht besonders super gut. Ah. Ah. Da ist alles reingelaufen. Ey. Alles rein, Helman. So, machen. Okay. Ah, 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 ah. Jetzt hier mal eine Mine. Vielleicht kommt es ja mit mir mit. Fliegt eher dir hinterher. Ich platziere. Uh. Fliegt's? Ja. Es fliegt, ich sehe irgendwas. Jetzt hat sie es. Wow. Ausweichen. Ist rein? Oh. Ist in meine Mine reingeflohen, ja. Schon. Ah. Das ging ja eigentlich. Sehr schön. Sehr schön. Das ging ja eigentlich. 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 Das ging ja. Das ging ja eigentlich. Chris, Shema, komm her! Ah, schon wieder nur die Zeit! 56,3%, ich werde schlechter. 80,6%, ich werde besser. Aber gut, ich hab ne Schrotflinte, ich mein, kannst du so viel nicht daneben schießen, ne? Gut. Weiter!